Es ist alles dumm, es ist alles dumm. Darum trinken Sportler so viel. Was mal eine Idee war, was vielleicht mal eine Vision war 1977, wo klein angefangen hat, ist heute eine Riesensache. Es gab Geschichten, wie jeder Fahrt und Ski, die man heute noch in der Schweiz kennt. Dessant kann man sich gar nicht mehr anders vorstellen, über die Käse-Dresse, über das Swisscom-Dresse, das wir heute haben, das ist wahnsinnig. Es gibt so starke Verbindungen, so viele Werte, die gemeinsam sind. Und das ist wirklich ein schöner Moment, auch für mich persönlich. Der Hef hat unsere Nation schwer für Jella gesammelt, aber sie haben es gesammelt, um diese Chance zu haben, weil sie einfach von unseren Aktuellen begeistert waren. Und das ist ein richtiges Führung. Es war ein Tag und ein Messer. Ja, ich würde mich für die Wink-Dresse zeigen, dass sie am besten trainieren. Vielleicht ist es auch ein Wink-Dresse. Wir wollen das Wink-Dresse, mit dem der Wink-Dresse zu haben, ein gutes Wink-Dresse zu haben. Und wir wollen das Wink-Dresse. weil sie die Wink-Dresse zu haben. Die Wink-Dresse sind gleich. Die Wink-Dresse sind die Wink-Dresse. Wir sehen uns beim nächsten Mal.